Was ist hier, Jana? Nö, nö, ich gäbe vor. Was ist das? Noch ein Irrlicht. Ein Irrlicht. Hey! Hallo, Irrlicht. Hey! Oh. Muss ich da runter? Wo ist Irrlicht? Nein. Aber, 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 das Irrlicht. Los, beweg dich! Sie standen mir zu. Wir wären nicht auf dich gekommen, wenn du nicht versucht hättest, sie zu kriegen. Das weißt du, oder? Ja, aber ich bereue nichts. Man lebt nur einmal. Hier, wir müssen nur in den Brunnen springen. Du zuerst. Das heißt, wie bei Inuyasha, durch den Brunnen in eine andere Welt. Okay, cool. Tschau. Hm-Hm. Hm-Hm. Hat ja auch schon gebrannt, als wir gegangen sind. Will die junge Dame mithelfen, das Chaos zu beheben, das sie angerichtet hat? Sie will. Und hör auf, mich wie ein Kind zu behandeln. Soll ich dich lieber wie die manipulative Lügnerin behandeln, wie du bist? Beruhigt euch beide. Aber... Kein Aber. Nöp! Gehen wir. Ich will es wirklich hinter mich bringen. Hüpp! Miau! Ich glaube, ich habe immer recht. Warum sind die noch zu zweit? Hüppsch hier. Nicht wahr? So ein herrlicher Blick über das Tal. An klaren Tagen sieht man Dunthin in der Ferne. Hm. Findet ihr? Ich meine, es ist eine Ruine wie jede andere. Ach, wie fein fühle ich uns aufmerksam. Ich verstehe nicht, was Detlef in dir sieht. Vielleicht kann er es dir selber sagen. Bist du nervös? Hm. Es ist immer stressig, sich mit seinem Ex zu treffen. Vor allem, wenn er ein Vampir ist. Er wird wohl nicht zum Scherzen aufgelegt sein. Ich weiß. Um ehrlich zu sein, ja. Ich bin nervös. Ich würde lieber weglaufen. Ich habe euch zwar versprochen, dass ich helfe, aber... Was ist es wert? Aber ich schulde ihm dieses Treffen. Schluss, aus. Vorsicht jetzt. Detlef ist jeden Moment hier. Kalt? Ich habe. Ich habe. Sianna. Sianna. Ich muss dich etwas fragen. Hast du das wirklich alles nur gespielt? Was uns verbunden hat, war falsch. Detlef. So einfach ist das nicht. Ich... Es ist ganz einfach. Entweder hast du mich getäuscht oder nicht. Ich vergebe dir. Doch ich trauere. Denn wir müssen uns trennen. Was? Aber wie? Hä? Das Mann. Ich bin wieder reingefallen. Dafür soll sie bösen. Früher oder später. Du hättest dich nie einmischen sollen, Hekta. Ich verstehe. Wo war das jetzt aber nicht geplant? Hat sie doch vor den bösen geschützt. Ich bin jetzt auf, Geralt. Du willst dich da einmischen? Ich glaube auch. Den hatte ich gestern. Ich bin jetzt auf, Geralt. Ich bin jetzt auf, Geralt. Ich bin jetzt auf, Geralt. Das war nicht. Ja, weil das glaube ich heute Montag, so ein wichtiger Montag. Ähm. Wenn du gegast, dann fang an zu mir! No, wenn ich nicht. Aua! Aua! Können wir mal drüber reden? Aua! Aua! Ah, ich hole die Fassung! Aua! Aua! Oh. Yum yum! Aua! 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 Guck mal, da hätte ich das Bad nicht geholt, wäre sie gestorben. Aua! 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 Was ist das? 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 Vampiröl oder so? Was ist das? Was ist das? Komm, so knapp! vielleicht sollte ich mein schwer dran glaube das könnte auch aber ich hätte sich auf meine rüstung ab Schweig selber. Schweig selber. Aber nicht. Lamm. Oh. Ja. Oh. Ja. Oh. Es läuft so gut. Nicht. Überhaupt nicht. Ja. 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 Schmeiß das mit oben. Ist okay. Ich wollte nur die Frau. Da. Du hörst, du hörst, du hörst, du hörst. Warte mal. Schau, sie haben zu verbrennen. Die Täuben. Oh, schade. Schade. Ihr habt mich betroffen, alle beide. Das war nicht mein Plan. Schweigen! Das wird ja auch Spaß hier. Wenn du da hast, dann fang an zu gehen. Nein, weil aber nicht. Oh. 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 Ach, Mann. Oh, Mann. Bruder, dead love. Blöde Frau, hätte ich nicht sterben können. Mann, 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 Mann. Hübsch, nicht wahr? Fin. Fila. Ist, er wird. Ich. Ah. Ah. Das Band. Bist du warst? Wie ist das? Ist das bei der EF? Ach. Was ja. Oh. Ist das bei der EF? Ach. Ja. Spätze. Läge keine Ahnung. Grönslein. Ja, das wird so. Das war's. Das war's. Ja, das war's. Was? Oeh! Spannend! Ach, wer muss so ein Schalke ankommen, hä? Oh, Janne. Was auch nicht? Was ist denn das? Wirken von Zeichen, wenn drei Adrenalinpunkte, falls wir Hilfe verbrauchen, um das Zeichen auf der Höhe zu geschubst zu würden. Dann haben wir jetzt auch ein Blut in der Bank. Geil es. Ah, das geht durch. Oh, das war's. Was kann der hier nochmal? Gute Schöne Treffer aus dem Fall. Ja, das wird mir schön. Mensch geht mit Wegen gegen... Oh, das war's. Oh, das war's mir. Ahn... Ta-da! Ahn... Oh, das war's mir. Oh, das war's mir. Nein. Nein. Oh, das war's mir. Ach so. Oh, das war's mir. Oh, das war's mir nicht. Oh, das war's mir. Ich behalte meine normalen Zugratten mal. Oh, jetzt weiß ich, wer den soll. Oha, weiße Löwe, Mutalkorn-Sahm, was auch immer. Weiße Löwe könnte ich herstellen. Was zur Hölle soll der Mutalkorn-Sahm sein? So, ich hab doch noch ein paar Dings jetzt hergestellt. Kann ich das lernen? Oh doch, schneidende Kälte. Ach so, lass da. Oh, mein Lohde. So, Inventar. Los, einfach. So. Okay. Oh, waren wir stehen geblieben? Ich bin doch grad nicht im Kampf, ne? Chance auf Betäuden. Chance auf Vorbereiten. Chance auf Tangen. Chance auf Paketen. Gönn mir das jetzt. Gönn mir das jetzt. Kann ich mir zufällig speichern? Krass. Hab ich das vorher gewusst? So, ich habe noch mal ein Öl. Warte, ich speichere nochmal. Auf geht's! Gönn mir das jetzt. Sehr, sehr, sehr. Mach das Lop. Ja, ich habe mich.